. Sehr gut! Von unten wollen wir nicht werfen, junger Mann! Wir werfen hier von der Bucht mir... Aber er hat seine eigene Technik aus. Guck mal, was für dich am besten ist. Du weißt, dass der erste Freiburg so geworfen wurde. Da hat man Anfang des 19 Jahrhundert über 500 Treffer in Folge gehabt. Also voll sehen, das ist Kraft. Das heißt, du hast mehr Spielraum für Technik und all das so. Das ist ja ein bisschen besser, ja? Das ist ja ein bisschen besser, ja? Komm, komm, komm. Ja, freu in Folge, sehr schön. Wollt ihr den dritten? Na ja. Komm, den dritten. Ja, super. Ein, zwei. Wie ist die Lippe? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5? Ja, super. Es geht noch einmal ein bisschen hier raus. 5, 4, 3, 2, 1, der geht noch. 5, 4, 3, 1, der geht noch. 5, 4, 3, 1, der geht noch. Noch 15 Sekunden, noch 10. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Noch 15 Sekunden. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Und einer noch. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Die Hälfte der Zeit ist rum. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. 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 Und noch 5, 4, 3, 2, 1.